1, 2, 3, 4 Alles für die Pflege Gegen die Einsamkeit Alles für die Pflege Frau Bulatschek, wo waren Sie denn gestern Abend zwischen 22 und 0 Uhr? Zwischen 22 und 0 Uhr war ich daheim. Da lag ich in meinem Bettle und ich hatte heute Frühdienst. Da muss ich früh raus, da gehe ich früh ins Bett. Denken Sie noch mal genau darüber nach. Ja, also ich lag im Bett und dann habe ich noch ein, zwei Seiten von meinem Julia-Roman gelesen und dann muss ich irgendwie eingeschlafen sein. Ah, eingeschlafen, ja. Also die Überwachungskamera aus dem Bereich 2 zeigt da aber ein ganz anderes Bild. Was? Ja, kommen Sie mal her. Ja, kommen Sie mal rum. Alles klar. Der ist ins Kino. Oh, ja. Das bin ja ich. Ja. Kommen Sie, gehen Sie schon mal runter zur Treppe. Jetzt mehr Haarstuhl. Oh, ja. James Bond? Ja, gucken wir uns heute an. Ja, James Bond. Das hat niemand erfahren. James Bond. Wir sind vielleicht nicht perfekt, aber wir geben immer unser Bestes. Komm in die Pflege. Das hat also ein. Ja. humming wie auch. Wir happenst этот. Wir haben alle das ge Häunt. Okay. Vielen Dank.